Wie hat sich Bayer Leverkusen unter dem neuen Coach Wolf verändert? Und wieso müssen wir auf Diaby aufpassen? Stimmt Ihre Aufstellung? Jetzt Ihre Finanzen checken. Deutsche Bank.de slash Finanzcheck Die Bayer Elf hat sich aus dem Wintertief etwas herausgekämpft. Zuletzt gab es aus drei Spielen sieben Zähler, bis man unter der Woche beim Spitzenreiter FC Bayern München mit 0 zu 2 verlor. Das war gleichbedeutend auch die erste Pleite unter dem neuen Trainer Hannes Wolf. Während unter Ex-Coach Peter Bosch meistens im 4-3-3 agiert wurde, setzt Hannes Wolf doch auf mehr taktische Flexibilität. Besonders was den Abwehrverbund betrifft. Dadurch haben die Rheinländer wieder etwas mehr an Stabilität gewonnen. Leverkusen spielt unter Wolf nicht mehr so ballbesitzlastig. Unter Bosch hatte Bayern noch mit 59 Prozent den meisten in der Bundesliga. Gegen Köln waren es beispielsweise lediglich 43 Prozent. Es soll schneller und risikoreicher nach vorne gespielt werden. Moussa Diaby ist eine gefährliche Waffe bei Leverkusen. Der 21-jährige Franzose wurde bei Paris ausgebildet, ist mit bereits gemessenen 35 kmh der fünftschnellste Bundesligaspieler und ist technisch mit allen Wassern gewaschen. Nicht umsonst hat er Linksfuß schon zehn Tore vorbereitet und vier weitere erzielt. Diaby spielt unter Wolf sowohl offensiv rechts als auch alleine auf der rechten Seite à la Philipp Kostic. Zuletzt waren die Rollen der Teams klar verteilt. Die jeweiligen Gastgeber konnten ihre Spiele immer für sich entscheiden. Im Hinspiel triumphierte die SGE mit 2 zu 1, während wir im Pokal in Leverkusen verloren. Also wird mal wieder Zeit, auch im Rheinland was zu holen. Eintracht Allee!